Herzlich Willkommen beim ISP Immobilien-Startup-Podcast, finanzielle Bildung, Immobilienfachwissen nicht nur für Starter, hol dir jetzt meine 10-Schritte-Checkliste auf immobilien-startup-podcast.com. Mein Name ist Christian Schönfelder und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Was sind deine größten Probleme? Was kannst du selbst mit nichts handeln? Wo brauchst du Hilfe? Herzlich Willkommen in einer neuen Folge des Immobilien-Startup-Podcasts. Mein Name ist Christian und ich möchte heute dir noch Fragen stellen. Ich möchte dir gar nicht so viel Content bieten, sondern würde gerne mal bei dir hinhören und ich weiß, mit einem Podcast ist das echt schwierig. Da gibt es selten Kommunikation, selten Feedback und deswegen findest du diese Folge auch bei Instagram, Facebook, vielleicht nur bei dem einen oder anderen Social-Media-Kanal von mir. Mir ist einfach wichtig mal hinzuhören, woran du gerade knapperst, was ist gerade so das Thema, was du nicht bewältigen kannst. Über welche Stufe kommst du nicht hinweg? Also kann es sein, dass du jetzt schon Immobilieninvestor bist und immer wieder ein Objekt kaufst, dich nicht so richtig wohl damit fühlst oder es nicht abhebt und immer noch dein Gehalt, dein Anstellungsverhältnis, deine persönlichen Finanzdaten, Basis für eine Finanzierung sind. Du so richtig nicht loskommst vom Privatkundengeschäft ins Gewerbekundengeschäft. Vielleicht bist du aber auch einfach noch in deinem Job gefangen, hast dich mit Immobilien schon seit Wochen, Monaten beschäftigt und kommst nicht so richtig ins Tun. Vielleicht suchst du hin und wieder mal eine Immobilie, bist auf dem einen oder anderen Stammtisch, gehst zu Seminaren, wo man klatscht und tanzt, wo man sich gegenseitig motiviert und feiert, was ich auf keinen Fall, aus dem ich wieder richtig schlechtreden möchte, sondern du kommst nicht ins Tun. Warum kommst du nicht ins Tun? Was hindert dich daran? Hast du vielleicht Probleme mit der Risikoeinschätzung? Sind es Freunde, Familie, die dich da festhalten, wo du stehst? Gib mir einfach mal ein paar Situationen, ein paar Antworten auf meine Fragen. Lass uns in Kontakt kommen und lass uns darüber nachdenken, was bei dir hakt und was dein drängendstes Problem ist. Ich hoffe auf mega viel Feedback, ich hoffe auf ganz viel Wortmeldungen, ich hoffe von dir zu hören, lass diese Chance nicht ungenutzt, sondern melde dich, schreib mich an, tritt mit mir in Kontakt, gern auch direkt per Telefon unter 0157 580 76863. Lass einfach ein paar Worte da. Ich freue mich drauf und würde sagen, für dich eine wirklich schöne Zeit, die besten Investments und bis bald. Alle angesprochene Links findest du in den Shownotes zur Sendung. Schön, dass du dabei warst. Schau doch bitte auch auf www.startup-podcast.com. Dort findest du die 10-Punkte-Checkliste für dich zum kostenlosen Download, wie auch du zu deiner ersten Immobilie kommst. Wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis bald für dich, die besten Investments.